Ich richte das Wort an jene, die einer finsteren Berufung folgen. Jene mit dem Mut, Sünde auf sich zu laden, um wahrhaft zu verstehen. Jene, in denen Blut und Knochen ein unstillbares Verlangen hervorrufen. Die verbotenen Geheimnisse und schwärzesten Rituale zu entschlüsseln, um den Tod Leben einzuhaufen. Mal, meine Familie, ich. Um diese Macht wahrlich anzunehmen, müsst ihr sie in die Welt tragen. Man wird euch verschmähen, verachten. Gezeichnet als lebendes Opfer dieses unheiligen Wissens. Das ist euer Schicksal als Priester von Radmar. Als Totenbeschwörer. Ihr werdet ihr Finsternis nicht allein gegenübertreten. Denn wir sprechen für die Toten. Und die Toten kennen kein Erbarmen. Die Toten kennenlernen. Die Toten kennenlernen. Untertitelung des ZDF, 2020